Sie sind von GZSZ nicht mehr wegzudenken. Doch sehnen Anne Menden und Jörn Schlöhnfugt sich nach 20 Jahren bei der Daily nach etwas Abwechslung? Seit 20 Jahren schon stehen Anne Menden und Jörn Schlöhnfugt als die Zwillinge Emily und Philipp gemeinsam für GZSZ vor der Kamera. Für viele Fans ist die Daily ohne die beiden kaum noch vorstellbar. Schließlich sorgten Emily und Philipp in den vergangenen Jahren für die ein oder andere aufregende sowie emotionale Liebestory und waren zudem in so manches Drama verwickelt. Dass Schaupieler Sternchen innen nach zwei Jahrzehnten sich dennoch nach ein wenig Abwechslung sehnen, ist nichts Ungewöhnliches. Müssen die Fans der beiden also befürchten, dass Anne Menden und Jörn Schlöhnfugt bald schon der beliebten Vorabendserie den Rücken kehren? Neuzugang bei GZSZ Jo Gerners Leben wird auf den Kopf gestellt, Anne Menden und Jörn Schlöhnfugt sprechen über GZSZ aus im Dezember 2004 erschienen Anne Menden alias Emily und Jörn Schlöhnfugt alias Philipp erstmals im Kollekiez und sorgten prompt für jede Menge Chaos. Seither ist viel Zeit vergangen und noch mehr passiert. Emily hatte nicht nur eine Affäre mit ihrem Halbbruder John, Felix von Jasheroff, war drogenabhängig und musste die ein oder andere Scheidung durchleben. Sondern machte auch eine positive Entwicklung vom Problemkind zur erfolgreichen Unternehmerin durch. Sehnt Anne Menden sich trotz ihrer facettenreichen Rolle nach einer beruflichen Veränderung? Das verriet sie im Interview mit RTL. Solange es noch spannende Geschichten zu erzählen gibt und Emily weiter wachsen kann, bleibe ich dabei. Ich glaube, ihre Reise ist noch lange nicht zu Ende. Solange das Publikum und die Autoren auch an neuen Entwicklungen interessiert sind. Sehe ich keinen Grund aufzuhören. Bei GZSZ möchte und werde ich in Rente gehen. Ihre Fans können also aufatmen, so schnell wird die Schauspielerin die Daily nicht verlassen? Und wie sieht es mit ihrem Kollegen Jörn Schlöhnfugt aus? Auch seine Rolle hat in den vergangenen Jahren einiges erlebt. Der wohl tragischste Moment war sicherlich der tödliche Autounfall mit Verena, Susan Sideropoulos, den sicherlich niemand vergessen wird. Und auch in Sachen Liebe hat Philipp schon einiges durchgemacht. Ist Jörn Schlöhnfugt daher bereit für etwas Neues? Solange es spannend bleibt und ich das Gefühl habe, dass Philipp noch eine Geschichte zu erzählen hat, werde ich dabei bleiben. Die Figur entwickelt sich ständig weiter und das macht es für mich als Schauspieler lebendig und interessant. Auch seine Fans können beruhigt sein. Die Zwillinge werden auch in den kommenden Jahren für spannende als auch emotionale Stories bei GZSZ sorgen. Vielen Dank. Vielen Dank.